Hätten Sie jetzt vielleicht Lust auf eine leckere italienische Pizza? Kein Problem, wird sofort geliefert. Bernhard Ziegler bestellt Ihnen eine beim Pizzaservice. Natürlich übers Spaß-Telefon. Pizza Action am Service, hallo. Grüß Gott, ich möchte Pizzas bestellen für heute Abend, für meine Party. Ja. Also, dann hätte ich gern 5 mal Quattro Saccioni. Das drauf Salami, Schinken, Champignons und Paprika. Ah ja, dann hätte ich gern 2 mal ohne Paprika. 2 mal ohne Paprika. Dafür viel Schinken. Mit viel Sinken, ja. Ohne Salami, dann die anderen. 3 mal ohne Salami. Da machen wir halt dann dafür auch ein bisschen mehr Schinken und Champignons und Paprika drauf. Die mögen keine Champignons. Da hätte ich gerne da 4 mal ohne Champignons auch. Ähm, Entschuldigung. Und dann hätte ich noch gerne... Das muss ich aber ganz kurz fragen, welche soll man dann mit Champignons machen? Weil wenn Sie sagen, 2 mal ohne Paprika mit viel Schinken... Aber ohne Knoblauch, bitte. Und 3 mal ohne Salami, welche soll ich dann mit Champignons machen? Also, wir haben die gehabt ohne Salami. 3 mal waren sie ohne Salami und Sie haben zu mir jetzt gesagt, 2 mal ohne Champignons. Genau, bitte ohne Peperoni. Dann praktisch die 3. Ohne Salami machen wir auch ohne Champignons. Ja, wir haben dann eine normale und kein Schinken. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. 5 Quattro Staccioni. 5 mal 4 Jahreszeiten. Genau. Davon 2 mal ohne Paprika. Mit viel Schinken. 3 mal ohne Salami. Und die 3 ohne Salami, sind die alle 3 ohne Champignons. Richtig. Und die anderen 2, die können wir dann mit Champignons machen? Mit Champignons. Und da tun wir halt dann ein bisschen extra viel Paprika drauf. Ja. Und Capricciosa. 5 mal und dann tun wir da Peperoni drauf. 5 mal mit Peperoni. Ja, bitte 3 ohne Oliven und 2 ohne Salami. 3 mal ohne Oliven und 3 mal ohne Salami. Nein, nein, 2 mal ohne. Die anderen 2 praktisch dann ohne Salami. Weil sie bringen mich ganz durcheinander. Also, wir haben jetzt 5 Capricciosa, gell? Ja. Und da nehmen wir also 3 mal... Nein, pass auf. Also, sie bringen mich wirklich ganz durcheinander. Das ist ja so eine einfache Bestellung. Das bringen sie mich ganz durcheinander. Also, mit Peperoni haben wir gesagt. Dafür dürfen wir aber 3 mal ohne Oliven. Ja. Und 2 mal haben sie gesagt, ohne Salami. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Meist ihr, das fahr ich nicht einfach mit ihr? Ja. Haben sie es alles aufgeschrieben? Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen meine Kollegin... Ja, dann darf ich nochmal von vorne anfangen. Nein, das brauchen Sie nicht von vorne anfangen. Ich habe mir das gleich jetzt aufgeschrieben. Haben Sie es aufgeschrieben? Schreiben Sie drunter, bitteschön. Die Bestellung geht ans Spaß-Telefon von Bayern 1. Abgehoben. Reingeflogen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank.